mehr ganz vergessen ist nicht aus dem dann bestehen ist das was ich meine wenn du vorher links drin hast nahkampf und dann schaltet er um wenn du irgendwo ein oder ausstattet hätte das rückgängig wir wollen dass wir auch lieber los und dann geht so langsamer land ja das ding mal vorne war das auto hast du da reingeguckt schon in raum ich da ist nixer ich bin der straße geradeaus weiter hoch das bein das ist so übel ich bin auch wieder überladen hier ist ein hänger du scheiße weißt du was hier rumläuft oder bis ich muss das die ganzen autos ja reingucken welchen fest und du reingeguckt oder das graue auto du sagst also wenn ich jetzt bett nehmen und gehe auf karte mails und dann wird abgespeichert ja das denn jetzt kannst du die karte öffnen den abschnitt hast jetzt frei er prägt sich das nämlich genau ein dieses mit den zombies müssen die bleibt haben wir ziehen dass die erst mal ich habe kein benzin hier das benzin was wir dann kriegen ich sag mal das würde ich erst mal gucken erwarte mal in du bist wo wir reingehen können ich habe eine idee ein bisschen weiter höher ist doch diese diese auch guck mal der blaue wagen ich weiß ich weiß wo du hin willst aber auf dem weg dahin ist halt die dac stadt essen holen boah da sind fünf sechs sieben drin ich habe gedacht das wäre ein fenster gewesen das war eine tür gut dass ich da nicht zu nah dran gegangen bin ist ein cowboy hut ich habe das bei mir so wieder ausgerüstet dass ich weil ich das medel küche hier tür halte ich bereit da kommt gleich einiges durch das nix von hinten da sind bestimmt fünf zombies geht er weg mach nicht mach es nicht glaube es mir oder kommt ja natürlich ich kenne dein glück ich wollte sagen ich habe das bei mir wieder so meine ist kälte empfindlich wie kann ich vier tragen das typische rede muss passen ja klar aber macht doch nicht so effektiv hat mal stimmte sondern ganz kurz da ist noch einer aufs klo immer gucken keine ausdauer mehr oder was sehr wenig schaden ich habe keine ausdauer das will ich gleich regenerieren wurde hier ist ein schlüssel singen wo ein schlüssel schon dran ist ja das weiß ich nicht will das kontrollieren was das für ein hausschlüssel ich habe immer abgemacht dann schmeiße ich okay achte ich muss mich oben ist nichts mehr sitzen geht das ist jetzt mich mal kurz kurz ausrufen und was auf da ist einer am fenster drinnen der schon drin dass sie auf den boden setzen soll besser muss auch ein bisschen ausdauer regenerieren da passt also ich guck zur haustür du guckst nimm dir das bild mal mit können wir machen hier ist ein küchenmesser das nehmen definitiv mit ja ich habe auch so ein küchen chef messer so wollen dass sie irgendwo hergeholt das habe ich nicht nur mit gern und weil ich die dicks eingelegt was am schwitzen so jetzt kurz testen du hast gesagt der liest das wirklich ein ja so ist das ist eine markierte karte summa ran da steht was dran da steht zum beispiel dran fahrzeug mit waffen und sonstiges da sind sachen drin legt ihm aber sei es ist so gut das geht nachts nirgendwo hin wenn das muss ich sagen jetzt hier rauskommen soll zwei drei jahren alter weiß was dann hier abgeht im spiel wir haben diese dinge die karlin sind hierher gezogen der die rund um das fitnessstudio hier geh zu ihnen wenn du hilfe brauchst da ist ein fitnessstudio da wirst du sofort wo das ding ist das zeug was du brauchst genau sowas mag ich und sowas würde ich gerne noch haben mit funksprüchen so einer sagt hilfe hilfe holt nicht oder sowas das ist zumindest einmal die woche hast weißt ja zum walkie talkie dabei hast du dann zum beispiel dran steht ja pass mal auf der hat hier so und so ich willst feiern glaubt man gehst du wohl weg sag mal ich geh mal eben noch was trinken hier solltest du am besten auch machen ich habe meine kantin aus der kantin eine große meines durstig also durstig der sieht auch gut aus sieht aus wie geleckt aber auch welche bedeckung oder warte ich knack mal eben das das ding ist nicht abgeschlossen ernsthaft jetzt die an die beifahrertür gehe ich dann immer angesehen oder wederhandschuhe zieht man ob an am werkzeugkiste schraubenzieher bitte 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 kein annahme ist der besser ist autos gut aber der motor ist gern sport aber die batterie ist komplett geladen komplett hier war direkt aus ich gebe die deckung hier ist irgendwo was er benzin der benzintank ist voll jetzt hier geradeaus weiter hochlaufen kommen gleich an dem ein gebäude an ach du scheiße hier das waren aus ich kam jetzt nicht auf den namen ja da dürfen wir auf jeden fall benzinkanister und co drin haben da kommt was angelaufen nicht gerade ein prozent hast du gesagt sind hier das war auf dem szenario hier haste fünf drei oder fünf prozent eins von beiden hier oben ist wo ist die horde hin hier waren gerade 20 viecher wir sollten nach unten gehen und über den zentwick gewöhnt ja anzuschleichen du leuchten machst einen lärm die ganze zeit tschuldigung das weiß auch gar nicht mal so schlecht aus mehr also ich habe übrigens links drin unscheinbar den ganzen kram zum schleichen ja du bist schwer du bist du bist die trampeltier von uns hier das will ich mal gehört hat er hat eine tasche die ganze um bauch klemmen kannst du medis sowas reinpacken einkaufstasche 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 oh ich sehe da ein traumauto ein Stückchen nördlich das willst du doch haben, komm gibst du! das rote Ding da, das ist ein smart mini Was ist denn dahinter? guck mal das sieht doch interessant aus. Ja aber da ist die Horde gelegt, die stand daneben. Lass doch mal gucken in den Spill-Fo-LKW. Wenn der fährt Radl, der sieht doch aus wie 1A. Guck mal hier. Kann das sein, dass da drüben ein Pontiac steht? Ne, Trans-Am. Sieht ein bisschen aus. Trans-Am? Was ist das für ein LKW? Du willst, äh, der ist schon wieder distrappiert? Was ist das für ein LKW? Hab ich gerade tot gemacht? Leck das aber, ganz schön, ey. Der Kofferraum ist offen, ne? Alter. Ich glaube, ja. Geh mal an die Motorhaube. Ich glaub der ist... Ach, ich hab mich selber bepisst. Ich glaub es hackt. Okay, okay. Ich muss mich jetzt eben waschen gehen, warte mal. Ich muss noch nicht, ich muss noch nicht. Äh, der Motor ist ganz, die Batterie ist, ja, so lala. Kein Benzin. Hat er sich jetzt eingepisst? So hoch war das doch gar nicht. Ich hab... Ich hab... Was steht denn bei dir? Bei mir steht 219 Milliliter. Also grün, das heißt nicht, dass ich muss. Jetzt aber was Größeres passiert. Wir gehen in das nächste Haus jetzt rein. Dann gehe ich einmal drücken. Guck mal, ob wir irgendwo Klopapier finden. Oder eine Zeitung. Die müssen... Die sollten unbedingt in die Autos rein. Hier vorne, guck mal, das ist doch so... Was war blau nochmal? Das war hier Behördenhäuser, ne? Äh, das weiß ich nicht. Also die ganzen Mortierungsdinger. Gerade... Ja, kommt, was ist? Die Wolle. Da müssen wir drin, wenn sie beutet sind. Äh, vor der Tür. Verpiss dich! Geh weg! Ja, wo kommt noch einer? Ja, wo kommt noch einer? Ja, wo kommt noch einer? Ja, hier gehen wir jetzt rein. Was steht denn hier? Ja. Gott, das Wort Rätsel. Wie viele sind denn hier drin? Ja, wo kommt noch eine Schuhe hin? Ja, wo kommt noch etwas raus? Ich hoffe, dass wir das nicht wegnehmen? Es wird eine Schule ist das. Schule? Na dann? genau richtig über das war jetzt hat meinige kotze sagt nicht die toilette muss in so einem richtigen winkel stehen damit ich was damit machen kann hoffnungslos übernahe was ist hier ganz nah steht wir müssen uns kommt schon einmal rein der weg von süden eine sekunde immer eine andere hose warte mal die hose noch heiler von den kollegen hier problem ist wenn du mit dem bayern zusticht ist weiß da alles kaputt danach noch scheißegal ich habe die zugepisste hose ja die muss weg ja wieder dieses ist aber auch dass man anschlafen steht in der zeitung ich bin völlig runter weil wir schleppen hier schon so viel wiederum ja guck mal hier akubar globo monster aufsetzen können ja das ding der tür schließe ich mich jetzt ein ok der arzt kittel was ist denn damit ist der auch zugepisst oder was weg muss man selber als wirklich auf körper der sekunde ja gut scheint als ob das ding hier nicht funktioniert warum auch immer das ist das ist ich kann die toiletten nicht nutzen die unten gehen bei mir auch nicht sehr leicht irgendwie aufs tüpfchen aktivieren wird sagen wir machen das mal folgendermaßen hier vorne jetzt raus sind hinterausgang was ist das ja jetzt oder tüte schipps liegt glaube ich auch noch hier ja danach müssen die werkstatt erst kommen hier hinter glaube ich ist das hier ist ein alkoholladen was kommt ja ich habe irgendeinen wagenheber in der karre glück hast ja auch nur wenn du glück hast das ist der jenkel und wieder einige in meiner richtung an ich sehe schon würde sagen wir gehen mal hoch zur straße wieder nach laufnahme einmal außen rum ich muss erstmal die ganzen dinge hier entwiegeln weil ich muss nicht die trance reingucken sobald wir ein buch für nahrungssucher haben müssen wir sofort anfangen ne ob es zumindest bis in mir gezielt oder nicht wie Bis zum nächsten Mal.